Frank Rosin. Wir kommen ja bekannt vor. Sein Name ist Programm. Okay, wir legen jetzt los. R wie routiniert. Wir bringen die Mode jetzt mal richtig zum Brummen. O wie offen. Ihr seid ein katastrophales Team. Klartext. S wie super lecker. Ihr habt schon dutzend, ne? Das riecht gut. I wie inspirierend. Ich hab eine Idee. Voll. N wie nervenstark. Was wir benötigen ist Durchhaltevermögen. Eben einfach Rosin. Hand in Hand in die Zukunft gehen. Hört sich ein bisschen kitschig an. Ist aber so. Rosins Restaurants. Die neuen Folgen. Ab 13. Oktober um 20.15 Uhr bei Kabel 1.